Was für ein traumhafter Morgen. Ich freue mich jetzt schon sehr auf unsere Wanderung. Ja, ich mich auch. Und für unsere heutige Tour haben wir uns für die Outfits von Meier Sports entschieden und zwar für die Permudas, Lava und Nil. Dann lass uns loslegen. Here we go. Auf geht's. Auf geht's. Andreas, ich finde die Tour heute war wunderschön. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich finde die Outfits von Meier Sports, die schauen nicht nur gut aus, sondern waren perfekt dafür geeignet. Genau und deswegen unser Fazit. Wenn für dich wie für uns so ein Gatter kein Hindernis darstellen sollen, dann können wir die Permudas von Meier Sports wärmstens empfehlen. Warum ist das so? Erstens haben sie eine hohe Bewegungsfreiheit, zweitens eine gute Passform und drittens sind sie auch noch super bequem. Ich kann Ihnen nur zustimmen und würde sagen, wir haben uns jetzt eine Brotzeit verdient und freuen uns auf den nächsten Test. Ganz genau, wir freuen uns.